Oh nein, der darf auch noch bannen. Ich vermute eher, das wird ein etwas jüngerer Spieler sein. Bitte was? Was würdest du spielen, Badenberg? Wo ist das? Werf denn raus. Jetzt gerade im Moment geht das mit. Zu spät. Last game for me, letzter Win. Ich mach ne Ming hier, denk ich mal. Oder auch nicht. Das ist ja erstmal ein Berg. Guck mal, selbst er hat ein besseres MMR als wir. Wir machen was falsch. Wir spielen, Spaß zu haben. Echt? Das wär mir neu. Wie oft haben wir verloren, weil wir angefangen haben rumzufimmeln und die einfach nur mit denen zu spielen. Komm lass die doch nochmal abholen und so. Und dann wifeln wir und die machen den Chor. Na, es waren nur auf Quick Matches. Mein Berg. Wo wir mit denen rumgespielt haben. Ehrlich. Na, zum Glück machen wir nicht Standard, sonst wären unsere zwei Dudes schon mal weg. Kling, willst du vielleicht, ähm... Kali? Echt? Okay. Du bist ja ein Mage. Du sollst auf jeden Fall dem Mage-Build gehen. Okay. Oh geil, du... Lock dir erstmal rein. Ich hab Vollzeit aber noch nie auf Mage gespielt, ne? Ich hab Vollzeit aber noch nie auf Mage gespielt, ne? Solltest du, bevor das genervt wird. Die nerven nur den Mage-Build. Oder... ich... Oder ich mach nen Mage. Machst du nicht nen Jaina oder so? Ist doch schon weg. Jaina ist weg, aber... Vielleicht... Kaltas Chromi? Wie? Chromi? Oder... Mir ist egal. Du musst dir mal mal ganz kurz ein paar Tipps geben, was ich dann machen muss bei Fallstate. Als Mage. Kann ich dir sagen. Ein... Warte, warte, warte. Obwohl, warte mal. Auf der Map könnten wir eigentlich auch doppel... Doppel-Specialist machen, ne? Ich weiß es nicht. Ah, ne. Weiß es nicht. Willst du... Meinst du, Rayna ist nicht so gut? Gegen Kerrigan und Jaina? Mali haut die Zahlen raus. Ja, dann Nennung Suh. Eins, eins. Zwei. Ulti ist ja klar. Dann zwei. Zwei. Vier. Wieso ist die Ulti klar? Ich mag den Strahl. Ja, muss halt gucken. Es ist Zeit. Bei Boomerang musst du nur... Ich weiß es nicht, hast du damit schon mal gespielt? Ja, dass man ihn noch ein zweites mal explodieren lässt genau, das macht richtig geil einen Burst. Das gibt Ring of Frost, Gravibombe, Explosionen. Ja, alles nacheinander und wir bursten die weg. Ja. Also alles nacheinander meine ich one by one. Kenne ihn. Aber ist krass, ne? Der durfte bannen, obwohl der Silber ist. Silber? Ja siehste doch, der ist in der Team Liga, Silber. Hä? Und durfte bannen. Das heißt der hat ein ziemlich hohes MMR, scheint oft gewonnen zu haben. War ja bei mir auch mal so. Also ich hab auf Hotslogs letztens geguckt, mein Quickmatch MMR ist auch irgendwie Platin. Ich war irritiert. Krass. Eins müsste Bronze sein, auf allen Accounts. Ja. Du bist ja auch immer letzte im Win-Einstellung im Quickmatch. Das kommt auch noch dazu. Oh, der hat ja geschrieben, dass er eher so den Solo-Man macht, ne? Dann soll er mal schön Solo-Top machen und wir roamen. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Hi. Ja. Ja, ja. Vielleicht können wir Carre again. Mit Gefängnis immer, weißt du doch. Schön. Riga unten. Ja. Schön. Prism drauf. Oh yes. Prism on Frostmourne Hungers. Ach so, haben wir schon getippt, okay. Nimmt einer bitte schnell. Ja, du am besten. Du bist einer Specialist. Ja. Carre again, wenn es geht. Ja. Alter, wenn wir das nicht gewinnen, ne. Die sind so schlecht. Tapp mal ein. Kommt der Dude da oben eigentlich, klar. Ne, ist Gazlo da jetzt. Du bist alleine in der Mitte? Ich sterbe, jo. Tschüss. Wir haben oben grad noch geklärt. Wollen wir wieder hochorten. Sorry. Na, ich hab gedacht wir rotieren. Okay, einer muss nach oben, falls das. Maybe portal back. Nach unten. Ach, die Dinger haben keine Abo mehr. Okay. Weg. Jaina. Haut alle auf Jaina ein. Ich kann überhaupt nicht mehr hauen, ey. Die hauen alle auf mich ein. Waren zu dritt gegen vier. Knappes Ding, aber... Oh. Pfff. Ich kann der Dude mal oben einnehmen. Da war echt bronzemäßig. Da gibt'n Dragon. Das erste, was der gemacht hat, als ich oben war, ist runtergelaufen. Okay. Okay. Ich bin mal oben. Läuft nicht. Läuft nicht. Läuft nicht. Warte mal, Beinberg. Da bist du nicht an der Falle noch. Und? Ich mach das Hardcamp alleine. Damit der Dude mal oben ein bisschen Entlastung kriegt. Ja, wir haben hier schon wieder eine dicke Last. Ne? Drei gegen vier. Lauf! Und ich sterben, Mann. Und ich denke... Warum? Warte auch. Vielleicht ist das Ding. Und ich bin nur bei euch. Ich bin nur bei euch. Das war auch nicht versuchen, das Hardcamp zu machen. Beine weg, ich hoffe, ich brauche Hilfe. Lass uns pushen hier. Wir gehen alle oben. Kannst du fahren wieder runter? Ja, wir puttieren runter. Okay, eben noch das Ding hier und dann gehen. Okay, das ist ja nur Johanna, ja? Wir sind zu viert in der Mitte. Na, aufpassen. Ich glaube, die sind da einfach im Busch. Ja, ja, die sind im Busch. Ah, hm. Na ja, wir können oben pushen. Ich darf erstmal oben das Hardcamp, da komme ich wieder runter. Die sind ja eigentlich nur zu viert die ganze Zeit, ne? Wir könnten ja mal ganken. Achtung unten, Gasloch. Ja, da kommt, ja, da kommt. Ich glaube, die kommen runter. Ich sehe die gerade nicht. Und oben. Und unten ist noch Gasloch. Der ist jetzt auch nicht mehr zu sehen. Ja, wo wollen wir was wollen? Oh, Mann. Oh, Mann. Können wir ihn aufessen? Rega, rega. Okay. 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 Oh, Gott. Krass. Ich bin Bannerloch. Ich muss gut zum Bruder. Ich hab den Rappen. Ich weiß. Guck dir mal. Wenn ich mega lobe. B 헐. Ich weiß nicht mehr. Wir wissen, was ich damit auch nicht so schnell gelassen war. Ich hab die Zuge und sie vernehmen. Du mich nicht so schnell gelassen. Ich hab die Zuge. Die Zuge übernimmt. Ich hatte den Ultra-Wissen-Skill Macher Low, ne? Joach Ja, wir sind aber alle Low Nices Shield übrigens Lass mal unten das Hardcap machen Lass doch ganz gut Jo, jetzt haben wir uns gefangen Werfen lassen bei den Helm oben Ist er easy? Unten ist weg, Mitte ist weg Oben ist hart angeschlagen Was passiert? Wir haben das Camp gemacht und keiner wusste, wer tappen sollte Ich bin hin, dann ist er weg Dann dachte ich, okay, er nimmt Weil er erst hingelaufen ist Lass mal oben tushen, Geist Lass mal oben eben das Foto weg tushen Lass mal oben eben das Foto weg tushen Pusher mal oben Pusher mal oben Komm, lass die Fyton Off Jaina Let's off Kerrigan Wir können nicht hin kommen Ihr könnt nicht hin kommen Und das Key Pusher Ach, war ne schöne Target Reihenfolge Ey, hatte ich auch im Visier Den Robogoblin beskillt Den Robogoblin beskillt Klassiker nicht Ah Ok, weg Ich hab kein Mana mehr Ja Drachen holen Der tappt unten Ja Du Arsche zerfallen Ja Achtung Ok, jetzt kommen wir rein Bad Bei t senator Mehl Oden Am 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 Ich hoffe wir können Core gehen. Guck mal wie low die alle sind. Ich hab Kerrigan. Ach so schlecht war der da gar nicht, war der ok. Aber die Gegner waren auch Bobs. Ist ja egal. Muss ja auch mal gewinnen ey. Yay. Yay. Gold 4. Gullt. Unfassbar. Guck mal. Guck mal.